Und damit grüße ich euch zurück zu LEGO Marvel Super Heroes. Ja, neue Session. Ich weiß nicht, wo wir waren. Wir gucken uns das gleich mal an. So, alles klar, wir waren hier auf dem Schiff. Los zum Flugzeug, so schnell ihr könnt. Ihr müsst Asteroid M noch vor Magneto erreichen. Stimmt, es war irgendwas mit Weltall. Genau, das wird gut. So, und hinterher. So, dann gucken wir, dass wir wieder alles mitnehmen. Oh Mann, der verdeckt mir voll die Sicht. Ich geh mal auf ihn. Nein, nein. Er ist nicht zu steuern. Oh nein. Das ist generell schwieriger geworden, glaube ich. Okay. Das hat nicht mehr so gut geklappt, wie ich das in Erinnerung hatte. Was mir allerdings spanisch vorkommt, wir sollen Asteroid M erreichen und springen erst mal runter in die Stadt. Müsste der nicht eigentlich viel weiter oben sein? Hm. Ach so, das Raumschiff steht hier unten. Verständlich. Einsatzbefehle. Einsatzbefehle. Leider ist über diese rätselhafte Insel nicht viel bekannt. Aus irgendeinem Grund taucht sie nicht auf unseren Karten auf. Und unsere Karten sind sehr gut. Viel Vegetation und offensichtlich ein paar Militäreinrichtungen. Aber das ist auch schon alles. Okay, es scheint also eine Insel zu sein und kein richtiger Asteroid. Oh, was sagst du denn? Ach, die Freiheitsstatue. Ohne Kopf. Oh, oh. Alle Macht liegt nun in meiner Hand. Nein, er hat sie kaputt gemacht. Er hat ein ganzes Empfangskomitee. Das wird eine gewaffte Landung, Jungs. Warum überhaupt landen? Springen macht viel mehr Spaß. Die Lieferung ist da, Director Fury. Okay. Okay. Einmal mit Profis. So, wir sind also auf der Insel und müssen uns hier jetzt irgendwie durchprügeln. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir mal nicht mehr in der Stadt sind. Mal nicht in einem Gebäude. Das ist eine gelungene Abwechslung. Aber vorher sammle ich München aus. Bananen. Hey, hier gibt es ja alle Leid zum Kaputtmachen. Ein Lego-Skeletz. Wie toll. Was ist das? Was ist das denn? Das geht kaputt zu machen, aber es kommen keine Münzen raus. Langweilig. Kein Stein. Oh. Das war kein Stein. Das war ein Krebs. Na Mensch, herz allerliebst. Überall viele, viele Münzen. Zub, 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 zub. So. So. So, dann haben wir nämlich schon zwei solche Penöbeln da oben voll. Und dann kann es gar nicht mehr lange dauern. Hey, wer bist du denn? Aha. Jetzt komme ich natürlich da oben an diese Münze nicht ran. Aber die ist doch so viel wert. Nein, das schaffe ich nicht. Zumindest nicht mit Captain America. Das ist ja immer noch eine Pfeile. Und die Sandburg. So. Ich glaube jetzt... Nein, wir haben immer noch nicht alles. Ich glaube jetzt haben wir alles. Jetzt können wir endlich mal rausholen. Ja. Äh. Wie holen wir den da raus? Äh. Äh. Hm. Oh. Die Spinne kaputt gemacht. Aber. Ich kann in ihn wechseln. Irgendwie will das nicht so richtig. Hier kommen wir auch nur mit dem Ding durch. Das heißt... Wir müssen wahrscheinlich hier was bauen. Nein? Aber warum liegen hier noch Pfeile? Natürlich. Das muss nur was bauen. Das war nur noch nicht alles kaputt. Ähm. Ah. Wir müssen ihn rauspusten. Wie so eine Malwurfsfalle. Boah. Boah. Sehr schön. Sag nur Johnny nichts. Na Tyum. Ich schweige wie ein Grafen. Und da kommen auch schon die Röscher. Immer fester drauf. Und dann können wir jetzt endlich mal weitergehen. Boah. Sehr schön. Starker Auftritt ist das A&O und kaputt. Ups. So viel zum Thema steigerer Auftritt. Okay. Da geht nicht so kaputt, wie ich das gerne möchte. Ah. Okay. Seine eigene Medizin schmeckt ihm nicht. Ah. Okay. Und Feuer. Und Feuer. Und schon ist hier irgendein der Aufmaus. Nein. Ich bringe nicht runter. Batsch. 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 Mhm. So. Maschine kaputt. Und wir kümmern uns wieder um die Kleinen. Und dann. Ups. Ich hab äh. Captain America getötet. Nein. Lauf doch. Lauf doch. Lauf doch. Was sind das da oben? Das sieht ja auch interessant aus. Kann ich da eventuell? Nein. Kann ich nicht. Da kann ich nichts machen. Ein paar München für mich. Ein paar Münzen für mich. An das Goldene komme ich nicht ran. Das Skelett hat auch immer was dabei. Und die Teile. Kann ich die kaputt machen? Oh. Ich kann die kaputt machen. Machen wir das doch fix mit dem Ding. Das geht schneller. So. Komm schon. So. Der wäre auch weg. Aber das ist bestimmt was zum Feppern, oder? Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Doch. Ach, das sind Griffe. Jetzt habe ich es kapiert. Wohin werfen ist egal. Ja. Wichtig ist was zu bauen. Alles klar. Und ich wette, das trägt uns jetzt da rüber. Ah ne, das holt die Brücke hoch. Das ist ja auch schon nicht schlecht. Was? Woran sind wir jetzt gestorben? Hä? Hä? Das kapiere ich nicht. Ich bin drüben, aber... Warum genau das jetzt... Warum ich jetzt genau da unten rausgegangen bin, weiß ich nicht. Ach, weil da da durchfällt, oder was? Jetzt spring doch rüber. Ich bin drüben. Oh, jetzt tu was. Ja. So, dann werden wir das Ding los. So, dann... Oh. Aber ich war fast dran. Haben wir etwas, was da hineinpassen könnte? An der Wand? Was? Irgendwo muss das Schild wieder hingeworfen werden, glaube ich auch. Oh, eine Lego-Schatz-Fruhe. Ach, nein. Das war voll dämlich. Kommen wir hier rein? Ja, kommen wir. Und schon ist da oben Achterbahn. So, hier geht's hoch. Wo ist Ben Grimm über den Brauch? Und drüben. Na, das hat ja gut geklappt. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was zum Kaputtmachen. Das auch nicht vernachlässigen. Wir wollen ja schließlich unseren Belieber haben. So, hier in das Goldene konnten wir nicht rein. Dafür brauchen wir jemanden mit Feuer im Weg. Und den haben wir nicht. Und öffnen. So. Und dann haben wir hier oben Mützen. Unvergleichlicher Aufstieg. Normal. So, was wird unvergleichlicher Aufstieg für uns bedeuten? Eine Menge Holz. Was zum Kaputtmachen. Ja, münchen, 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 münchen. Und zack. Ah, das kann man aufmachen. Und zieh raus. Sind das Riesen-Eier? Wo sind Riesen-Eier? Hat jemand die Dinosaurier zurückgebracht? Stammen wahrscheinlich aus dem Savage-Land. Aber was machen sie hier? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Sind jetzt weniger schlimm, wie ich vermutet habe. Und zack. Immer fest drauf. Poli-Slam. Können wir uns mal vorstellen, das hört nicht auf. Da kommt immer wieder Neue. So. Los. Mach die Tür auf. Erstmal gehen wir wieder einsammeln. Gibt ordentlich Punkte. Machen das Skelett kaputt. Machen generell alles hier kaputt. Der geht nicht kaputt. Okay. Ah, der geht noch kaputt. Sehr schön. So. Huch. Ja, wir machen auch Captain America kaputt. Warum? Weil er kaputt geht. Alles ist klar. Alles weitere sehen wir morgen wieder. Haut rein. Ciao.